Als Kleidung wird in einem umfassenden Sinn die Gesamtheit aller Materialien bezeichnet, die als künstliche Hülle den Körper des Menschen mehr oder weniger eng anliegend umgibt. Zum einen dient Kleidung dem Schutz vor Bela-Ständen um Welteinflüssen und oder Gefahren in der Arbeitsumgebung, zum anderen in ihrer jeweiligen Gestaltung der non-verbalen Kommunikation. Damit hat sie sich entsprechend den klimatischen, individuellen und modischen Bedürfnissen des Menschen Kultur und Zeit abhängig sehr unterschiedlich entwickelt. Schuhe und Kopfbedeckungen werden zur Kleidung gezählt, reine Schmuckgegenstände jedoch nicht, im engeren Sinne auch nicht das Accessoire. Geschichte, Neolithikum und Antike Nach Auffassung des Anthropologen Alexander Peschos lässt sich der geschichtliche Zeitpunkt, seit dem Menschen regelmäßig Kleidung trugen. Aus dem Auftreten der Kleiderlausschätzen Daraus gefolgert deuten aktuelle Genanalysen auf einen Entstehungszeitraum vor etwa 75.000 Jahren hin. Darüber hinaus existieren jedoch auch andere Auffassungen, nach denen bereits bis vor ca. 650.000 Jahren die Vorfahren des heutigen Menschen Kleidung trugen. Einer der ältesten Umhänge fand sich in der italienischen Höhle von Arene Candide. Er bestand aus etwa 400 Streifen aus Eichhörnchenfällen und wird auf ein Alter von ca. 23.000 Jahren datiert. Der Verlust von Fell in der menschlichen Evolution ermöglichte dem Menschen in seinen damaligen warmen Lebensräumen die Körpertemperatur besser zu regulieren. Dies erhöhte seine Ausdauer zur Nahrungsbeschaffung bei der Hetzjagd. Mit der Erfindung der Kleidung wurde der damit auch verbundene Nachteil wieder kompensiert. Die Möglichkeit unterschiedlich stark wärmedämmende Kleidung verwenden zu können, erhöht die menschliche Flexibilität sich in sehr unterschiedlichen Klimazonen aufhalten zu können. Die Entwicklung von spezialisierterem Steinwerkzeug war Voraussetzung, um die Oberfläche der Fälle so zu bearbeiten, dass sie als Kleidung genutzt werden konnten. Möglicherweise wurden Fälle zunächst als erster primitiver Sonnenschutz verwendet und später zu Zelten weiterentwickelt, bevor sie als Kleidung verwendet wurden. Die Nutzung von Pelzbekleidungsbestandteilen als Statussymbol des erfolgreichen Jägers und damit häufig auch des Gruppenanführers, dürfte ebenfalls sehr früh eine Rolle gespielt haben, die bis in die Neuzeit noch übliche, derartige Verwendung in heißen Gegenden lässt darauf schließen. Die Effektivität als Kleidung wurde durch die Erfindung des Nähens erheblich gesteigert, da Kleidung nun geschlossen und dem menschlichen Körperbau angepasst werden konnte. Mit genähter Kleidung war es dem Menschen nun möglich auch sehr kalte Regionen wie Nordkanada, Grönland und Nordsibirien ständig zu besiedeln. Mit der Domestizierung des Schafs im frühen Neolithikum und der Erfindung des Webens konnte nun auch Wolle als Rohstoff für Textilien genutzt werden. Das Schließen von Überwurfkleidung konnte neben dem Vernähen als ständigem Verschluss nun auch, bei Gebrauch durch Gewandnadeln, später Fiebeln und Schnallen, noch später durch Knöpfe erfolgen. Später folgten auch pflanzliche Rohstoffe als Materialien für die Textilherstellung. Mittelalter Die Kleidung im Mittelalter spiegelte den Platz innerhalb der mittelalterlichen Ständeordnung wieder. Unterschiede zwischen den Ständen bestanden meist nur im verwendeten Material und dem dazugehörigen Zierrad. Verfügbare Materialien zur Textilherstellung für die niederen Stände waren Leinen, Hanfnessel und Schafwolle. Der höhere Stand konnte auch teure Importstoffe, bessere Textilqualitäten und veredelte Tuche kaufen. Industrielle Revolution 19. Jahrhundert Baumwolle und neue Maschinen für seine Aufbereitung und Verarbeitung waren die wichtigsten Impulse für den Beginn der industriellen Revolution. Baumwollverarbeitung machte im Jahr 1830 etwa 8% des Bruttoinlandprodukts in Großbritannien aus und führte zu explosiven Wachstum von Städten, in denen sich die Baumwollindustrie entwickelte. Kleidungsreform Zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts Im Umfeld der Lebensreformbewegungen gab es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland mehrere Ansätze zu einer Reform der Kleidung, wobei sich die ersten Überlegungen auf die Männerkleidung bezogen. Heftige Kontroversen gab es zur Frage, welches Material der Gesundheit besonders zuträglich sei. Gustav Jäger hielt ausschließlich Wolle für geeignet, während Heinrich Lammann Baumwolle befürwortete und Sebastian Kneipp vor allem Leinen. Jäger gründete ein eigenes Bekleidungsunternehmen für die von ihm entworfene sogenannte Normalkleidung für Männer, die einige Jahrzehnte lang recht erfolgreich auf dem Markt war, im deutschen Sprachraum und auch in England. Er gründete einen eigenen Verein und gab eine monatliche Zeitschrift heraus. Bedeutung Physiologische Schutzfunktion und Gefahrenkleidung soll den Menschen vor Unterkühlung und Erfrierung und vor einem Hitzeschaden oder Sonnenbrand schützen und gleichzeitig die Verdunstung des Schweißes beim Schwitzen nicht behindern. Weitergehenden Schutz vor besonderen Risiken bietet spezielle, heute meist normierte Schutzkleidung wie die kugelsichere Weste, die Schnittschutzhose für Arbeiten mit der Motorsäge, die Hitzeschutzkleidung oder der Chemieschutzanzug. Gefahren und zweckmäßige Kleidung kann gesundheitsgefährdend sein. Ungünstiger Schnitt kann zu engen oder zu fest anliegenden Kleidern führen, die auf Blutgefäße, Nerven oder leicht verletzliche Organe drücken und die die erforderliche Ventilation und Wärmeregulierung verhindern. Benutzung giftiger Substanzen zum Färben Sie sind besonders gefährlich, wenn sie nur lose mit Stärke aufgelegt sind, wie bei Schleiern und Seidenzeug. Aufnahme organischer Krankheitskeime und Übertragung auf gesunde Feuergefährlichkeit In Kontakt mit Flammen oder Funken können bestimmte Textilien, vor allem leichte flauschige, schnell abbrennen oder schmelzen und somit zu erheblichen Brandverletzungen führen. Krankheiten bei unzureichend wärmender Kleidung Psychologische Funktion Darüber hinaus hat Kleidung oft auch noch eine haptische oder sinnliche Erlebnisfunktion. Kleidung ist Genussmittel oder sogar Spielzeug. Darunter fällt der sinnliche Genuss an bestimmten Materialien, Formen und Farben und am Spielen und Experimentieren mit Formen, Farben, Materialien. Beispiele Das Kuscheln in weichen Materialien und die erotisch-sexuell stimulierende Wirkung bei Materialfetischismen, sowie der Genuss einer anmutigen Erscheinung. Wirtschaftliche Bedeutung Die Länder mit der größten Kleidungsproduktion sind China und Bangladesch. Soziale Bedeutung Kommunikationsmittel Darüber hinaus dient Kleidung als Zeichen und Kommunikationsmittel, das ein breites Spektrum an Signalen zur Verfügung stellt. Eine sehr einfache Form ist die schlichte Markierung oder Kennzeichnung als beachtenswertes Objekt, so sollen neonfarbene Warnwesten von Straßenarbeitern verhindern, dass ein Arbeiter übersehen wird. Die Bedeutung, die Kleidung im Leben eines einzelnen Menschen hat, ist individuell sehr unterschiedlich. Auch abhängig vom gesellschaftlichen Umfeld. Für die einen ist sie unwichtige Äußerlichkeit bzw. pragmatischer Gebrauchsgegenstand, für die anderen wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. Häufig kennzeichnet Kleidung die Mitglieder einer Gruppe als Angehörige dieser Gruppe. Im Sport markiert das Trikot den Träger als Angehörigen einer Mannschaft, sowie einst die Uniform half, Freund und Feind zu unterscheiden. Im Normalfall dient sie nur der Unterscheidung von anderen Gruppen und sagt wenig über die Eigenschaften der Gruppe aus. Das ist bei anderer gruppenspezifischer Kleidung deutlich anders. Beispiele dafür sind neben Sportkleidung in etablierten Vereinsfarben auch die Präsentation von Berufsrollen, Karang und Standesunterschiede. Auch in der Art der Bedeutung, die der Einzelne der Kleidung beimisst, bestehen erhebliche Unterschiede. Sie zeigen sich an den sehr unterschiedlichen Aspekten, auf die der Einzelne bei der Wahl seiner Kleidung vorrangig achtet. Mode, Macken, Stil, Schönheitsbewusstsein, Gebrauchsfunktionalität, Wohlfühlkomponenten, dahinter können ganz unterschiedliche Motive stecken. Pragmatismus, Genussstreben, Wunsch nach Integration durch Assimilation, Ausdruck von Gefühlen und Stimmungen, Wunsch nach Wohlbefinden, Imponierverhalten, Ausdruck des eigenen Lebensstils, sozialer Status, Non-Konformismus, Rebellion und anderes. Weitere Markierungsfunktionen der Kleidung sind ästhetischer Art, das sich ausdrücken wollen oder das Schmücken des Trägers, aber auch das ästhetisch-ironische Spielen und Experimentieren mit etablierten Formen der Kennzeichnung. Darunter fällt die identifikationsstiftende Komponente der Kleidung einer bestimmten Szene, die je nach Standpunkt als Subkultur bzw. Gegenkultur zum herrschenden Mainstream wahrgenommen werden möchte. So kann auch ersichtlich defekte Kleidung, wie zum Beispiel zerrissene Lederjacken innerhalb der Punk-Szene oder Flicken-Jeans der Blueser-Szene für die Träger ästhetisch und erfüllend sein, während die allgemeine Meinung den Kleidungsstil eher als unangemessen und abgerissen bezeichnet. Zeichen der Zugehörigkeit Zotane, Thaler als Identifikationsmuster einer bestimmten Szene, die sich gegebenenfalls als Sub- oder Gegenkultur versteht und durch ihre spezielle nonkonforme Kleidung ein Wir-Gefühl erzeugt. Die Vereinszugehörigkeit als Tracht oder Couleur, die jeweils bestimmte Gattungen und Ränge markiert, eine Stimmung, insbesondere Trauerkleidung. Kleidung kann geschlechtsspezifisch, altersspezifisch und oder standesklassen-kastenspezifisch sein. In den westlichen Industriestaaten begründen die verschiedenen Lebensstile die unterschiedlichen Ausprägungen von und Abgrenzungen durch Kleidung. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Kleidung erfolgt durch die volkskundliche Kleidungsforschung. Kleidungsgruppen Kleidung wird nach verschiedenen Kriterien zusammengefasst, neben anderen nach Anlass Alltagskleidung. Kleidung für die Arbeitswelt, Arbeits- und Berufsbekleidung, Amtskleidung, mit weniger funktionaler Begründung, Geschäftskleidung, Kluftdienstkleidung, Bürokleidung, Kleidung für Partys, Feste und andere feierliche Anlässe. Abendgarderobe, Clubwear, Brautkleid, TTC, Kleidung für weitere besondere Anlässe, Trauerkleidung, Umstandskleidung, Kleidung für Maskenbälle, Karneval, sowie für Rollenspiel, Schauspiel, Verkleidung, Kostüme. Kleidung für den Sport Sportbekleidung, zum Beispiel Trainingsanzug, Turnhose, Sportswear, Freizeitbekleidung, zum Beispiel Wanderbekleidung, Radbekleidung, auch vielseitig einsetzbare Kleidung, Badebekleidung. Nach gesellschaftlicher Position, siehe dazu auch oben unter dem Abschnitt Bedeutung von Kleidung, Unterabschnitt soziale Bedeutung, Kommunikationsmittel. Insbesondere in der früheren Standesgesellschaft bestanden Kleiderordnungen, die Menschen unterschiedlichen Standes unterschiedlicher Arten sich zu kleiden zuweisen, höfische Kleidung, bürgerliche Kleidung etc. Heute bestehen solche Kleiderordnungen in der Regel offiziell nicht mehr. Es bestehen allerdings in verschiedenen Milieus unterschiedliche Konventionen. Bestimmte Gruppen tragen bewusst Kleidung, die sie als Angehörige dieser Gruppe auszeichnet, zum Beispiel Ordenskleidung. In bestimmte Szenen sind bestimmte Kleidungsvorlieben weit verbreitet und etabliert, zum Beispiel Punk, Sträflingskleidung, zum Beispiel KZ-Häftlingskleidung. Nach Material Kleidung aus textilen Materialien aus unterschiedlichem Grundmaterial, zum Beispiel aus Baumwolle, Wolle, Leinen, Seide, aus unterschiedlicher Verarbeitung, zum Beispiel Samtwirkware, Strickware, Gewebe, Latexkleidung, Lederbekleidung, Pelzbekleidung, Metall- oder Hartkunststoff. Einwegbekleidung aus papierartigem Material oder Folie. Nach spezieller Funktion Schutzfunktion, Schutz vor Niederschlag, Schutz vor Wind, Schutz vor Wind und Niederschlag, Schutz vor Kälte, Schutz vor Hitze, Schutz vor militärischem oder gewalttätigem Angriff, andere Arten von spezieller Schutzkleidung. Warnfunktion, zum Beispiel Warnwiste, Kleidung mit speziellen physiologischen Funktionen, Funktionsbekleidung. Nach Position am Körper Kleidung wie ZGL, Zerschichtung um den Körper, Kleidung als nach außen hin sichtbare Hülle, Oberbekleidung, Kleidung unter der Oberbekleidung, direkt auf dem Körper, Unterwäsche, Bekleidung für bestimmte Körperteile, Fußbekleidung, Kopfbedeckungen, Beinkleider, Bekleidung für den Oberkörper, Bekleidung für den ganzen Körper, nach historischem Kontext, nach historisch vorherrschenden Moden und historischen Vorschriften siehe dazu. Kleidermode, Reformkleidung, beispielsweise Kleidung der griechischen und in der römischen Antike, Kleidermoden im Mittelalter zum Beispiel burgundische Mode, Kleidermode der Renaissance und der Reformation. Spanische Kleidermode, Kleidermode zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, Kleidermode des Barock, Französische Kleidermode, Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV, Kleidermode des Rokoko, Kleidermode der französischen Revolution und danach Revolutions und Apier-Mode, Kleidermode der Restauration und des Biedermeier, Krinolinen-Mode. Kleidermode der Grün der Zeit, Kleidermode um 1900, Kleidermoden des 20. und 21. Jahrhunderts, nach Jahreszeiten Winterkleidung, Sommerkleidung, Übergangskleidung, Faschingskostüm, sonstigen Unterscheidungen durch der Kleidung Qualität, Markenbekleidung, Billigkleidung, Einwegbekleidung, siehe auch Lumpenproletariat, nicht für Menschen geschaffene Kleidung, Tierbekleidung, Bezeichnungen in der deutschsprachigen Textilbranche. DOB, Damenoberbekleidung, HAKA, Herren- und Knabenoberbekleidung Ursprünglich eine Abkürzung für Herrenanzüge, Knabenanzüge, KIKO, Kinderkonfektion, BESPO, Berufs- und Sportbekleidung, Kennzeichnung von Kleidung. Um Auswahl und zur Pflege der Kleidung zu erleichtern, werden im oder auf dem konfektionsmäßig hergestellten Kleidungsstück meist einige Angaben gemacht. Die Marke, die Zusammensetzung der Materialien, die unterschiedlichen Größe in Konfektionsgrößen gegliedert, Textilpflegesymbole zur Orientierung, wie Kleidung gereinigt und gepflegt werden soll, manchmal die Modellbezeichnung des einzelnen Kleidungsstückes.